Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Ich bin Wapsi von Wapsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Von mir gibt es heute ein kurzes Informationsvideo zu zwei coolen Aktionen im Juli und im August von Stampin' Up. Und damit ihr darüber Bescheid wisst, wollte ich euch das Video mal kurz aufnehmen. Also wir fangen an für ganz normale Bestellungen, gibt es die Bonustage. Und dann gibt es noch ein Angebot für jeden, der überlegt bei Stampin' Up als Demonstrator einzusteigen. Okay, also die Bonustage fangen an im Juli und im August gehen die. Also es funktioniert so, dass ihr im Juli Gutscheine sammeln könnt und die dann im August einlöst. Und da ist es so, vom 1. Juli bis zum 31. Juli 2019 kriegt ihr für jeden, also für je 60 Euro Bestellwert einen Gutschein im Wert von 6 Euro. Wenn ihr zum Beispiel für 120 Euro bestellt, dann habt ihr schon zweimal Gutscheine für 6 Euro, also für 12 Euro dann. Und so staffelt sich das immer auf. Also für je 60 Euro gibt es immer einen Gutschein für 6 Euro. Und diese Gutscheine, die ihr da bekommt, die könnt ihr dann von 1. bis 31. August 2019 einlösen. Also danach verfallen die. Wichtig ist, die 60 Euro sind zuzüglich Versandkosten. Also 60 Euro Bestellwert und die 5,95 Euro Versandkosten, so wie immer. Genau. Ihr kriegt die natürlich auch, diese Bonus, diese Gutscheine, wenn ihr bei mir eine Sammelbestellung macht, bekommt ihr die trotzdem ganz normal, so wie gewohnt. Also ihr könnt trotzdem bei mir eine Sammelbestellung zum Beispiel nutzen oder eben auch ganz normal bestellen und könnt euch dann diese Gutscheine sichern. Die werden aber immer euch persönlich zugeschickt. Also diese E-Mail dürft ihr dann nicht verschüsseln, sondern die müsst ihr gut aufbewahren, weil ich dann diese Gutscheine nicht bekomme, sondern ihr bekommt die direkt selber zugeschickt per E-Mail. Das ist die eine Aktion, das ist quasi für Besteller eine super Aktion. Und dann gibt es noch die zweite Aktion, die ist für Einsteiger. Und zwar ist es da so, dass ihr in dem Zeitraum von 1. Juli bis 31. August 2019 noch ein Zusatzangebot bekommt, wenn ihr bei Stampin' Up als Demonstrator einsteigt. Dazu habe ich euch schon ein paar Videos aufgenommen. Ich verlinke euch die jetzt hier oben unter diesem weißen I. Da habe ich alle Fragen beantwortet und auch auf meiner Webseite www.bapsis-bastelwerkstatt.de könnt ihr nochmal nachschauen, da habe ich auch ganz viel aufgeschrieben zu diesem Thema. Und zwar ist es ja so, ihr bekommt, wenn ihr einsteigt, als Demonstrator ein Starterpaket. Da könnt ihr euch immer Ware im Wert von 100, also ihr bezahlt 129 Euro für euer Paket, aber ihr dürft euch Ware aussuchen für 175 Euro. Leider ist es im neuen Katalog, das steht auf Seite 208, aber da steht es nicht richtig drin eigentlich. Also da stehen eben nur die 129 Euro, aber ihr dürft euch Ware im Wert von 175 Euro aussuchen. Das haben die leider nicht richtig hier reingeschrieben, aber es hat sich nicht geändert zu den letzten Katalogen. Also es bleibt genauso. Und jetzt ist es so, in diesem Zeitraum von 1. Juli bis 31. August 2019 bekommt ihr zusätzlich nochmal 32 Euro Bonusgeschenk. Das heißt, ihr bezahlt immer noch 129 Euro, dürft euch jetzt aber Ware im Wert von 207 Euro aussuchen. Also nicht 175 Euro, so wie es normalerweise immer ist, sondern 207 Euro. Und dann bekommt ihr noch als weiteres extra einen Gutschein, der hat den Warenwert von 12 Euro und den könnt ihr dann einfach im Folgemonat bei der nächsten Bestellung einlösen. Ihr bekommt diesen Gutscheincode zwischen dem 5. und dem 7. Geschäftstag einen Monat nach eurem Einstieg. Und wichtig zu wissen ist, dass die Gutscheine am 31. Oktober 2019 verfallen. Und noch was, ihr bekommt diese Gutscheine per E-Mail zugeschickt wieder, und zwar an die E-Mail-Adresse, die ihr beim Anmelden als Stampin' Up Demonstrator angebt. Das sind also so die ganzen neuen Informationen zu diesen beiden tollen Angeboten. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie gesagt, schaut auf meiner Webseite vorbei. Da habe ich noch ganz viel aufgeschrieben zum Thema Demonstrator werden. Was sich auch nicht geändert hat, ist natürlich mein Empfangsgeschenk-Boxline für euch. Also jeder, der zur Bastelwerk-Datmanne kommt, der bekommt von mir so eine kleine süße Box geschickt mit einer Überraschung drin. Und die wechselt übrigens vom Design immer. Ich kann da wunderschön meine alten Designer-Papiere aufbrauchen. Und genau, aber das soll nicht der Grund sein, dass ihr bei mir einsteigt. Ihr sollt da einsteigen, wo ihr euch wohlfühlen könnt. Und wo ihr sagt, dieser Demonstrator ist mir sympathisch. Wenn ihr da Interesse habt, dann schaut euch bitte diese Videos an, die ich euch aufgenommen habe. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir gerne einfach eine E-Mail an babsiesbastelwerkstatt.gmail.com Ich freue mich über eure Nachrichten. Und wenn ihr Lust habt, in unser Team zu kommen, freue ich mich natürlich auch sehr. Und ansonsten, wenn ihr was bestellen möchtet, könnt ihr das auch entweder per E-Mail machen oder über mein Bestellformular auf meiner Homepage. Und das verlinke ich euch jetzt auch hier oben unter dem weißen I. Genau. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Und ich freue mich auf euch. Tschüss, bis dann. Tschüss, bis dann.